Hallo Leute und Herzlich Willkommen bei einem ersten Let's Play von GTA San Andreas. Sieht scheiße aus, aber besser als nichts. Haben wir sehr wenig Leben. Ist doch dick aus. Ich bin nicht der Beste bei Autofahren. Man, ich hätte jetzt eine Mini-Gun-Dote gegeben. Echt. Müssen wir ein bisschen lernen. Alter. Was passiert, wenn ich das nicht bekomme? Ach so. Alter. Ich bin nicht der Beste, ok Kali? Ich zeig auch was. Da war ein Mistek oder? Nein. Ja, weiß ich. Aber die Reden sind geil. Zeig, zeig, zeig. Oh, geil. Ich hätte jetzt besser in den Polizeiwagen gehen. Mach jetzt den Rift. Genau was ich wollte. Hehe, das war absichtlich. Und diesen Film habe ich schon gesehen. Sorry Leute, dass wir jetzt überspringen. Überspringen drücken. Big Smoke. Ich dachte, wenn er einfach steht. Okay, mach das okay. Okay, okay. Ja, wie auch immer. Sorry, dass wir überspringen drücken. Das ist nur das erste Mal, dass wir überspringen drücken. Sonst lassen wir es. Okay, Leute? Versprochen. Du willst es versuchen? Wollen wir es nicht versprechen? Wie habt ihr es nicht gewusst? Oh. Sweet and Kendall. Oh my God. Oh my God. Oh my, Fitz. Oh. Mh. Oh. Oh shit. Oh my. nentin. Das ist eine andere Führung du wegstabst, wie Brian. Hey, sie war meine Mama, auch. Nicht für den letzten fünf Jahren, sie war eine Frau. Und wo du denkst du, Frau? Get out of meine face, ich bin zu CC's. Hell, du bist, Frau. Du bist nicht mit dem S.H., du weißt du, wir sind. Das ist nichts, aber ein Bunches Lolli. What the fuck are you? At least ich habe Prisky. Oh, und ich dachte, du bist ein Upstander American. Karl, sagst du ihn. Karl, sagst du mir shit, Frau. As long as he treat her, right? Disrespect you, und er geht. How the hell are you going to say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit, ass. Let me go up there. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Hey, let me show you one of them, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. ok wir wissen wie das geht die experte aber nicht der beste ich schaue mir auch ein paar videos an von gtas andreas da hinter mir so sind alle so langsam langsam soll ich noch so dass ich liebe was in den im dünn brüder von der von der von der ich frage mich mal was das was keep up motherfucker wir laufen hier weg wieso schießen wir nicht mal eine pistole links so ist so schlimm du bist du bei so als rider habe ich eh gesagt wo gehst du es geht da da arschloch Wo ist eigentlich Walda? Komm schon schneller. Uh, wir verlieren Fett. Mann. Besser? Nein. Ich frag mich immer, was ist besser? Also Fett sein, also Fett sein oder Dünn sein? Schreib das bitte in die Kommentare. Was besser ist, Fett oder Dünn? Was möge ich? Was mag ich? Nehme ich wissen bitte. Ja, du hast recht. Irgendwie so etwas in der Art. Du kannst dein Spiel speichern, in dem du CJs Haus betrittst. Zum Speichern, in dem du ist. Ja. Hm, okay. Kein Geld. Respekt. Gehen zu CJs Haus in den Vorzug und Wartwurz. Erster sehe ich mir in alle Haus durch. Ich habe bei GTA San Andreas gesehen, dass irgendwo hier eine Waffe gibt. Oder so etwas ähnliches gehört. Oh, da. Das hab ich mich gefreut. Ich weiß, es ist schlecht, Leute, aber besser als nichts. Und schnell laufen wir. Wir mögen lieber Muskeln haben. Jetzt laufen. Gehen wir auch mal. Komm, schau. Schleller. Wow. Wow, wow, wow. Haus der Tonsons. Alter, lass mich lesen. Haus der Johnsons. Johnsonons, ja. Alter. Der T... Der J... Sieh der mit ein bisschen Klamotten. J... Schaut so wie T aus. Alter, das ist abgefahren. Oh, meine Kamera. Was ist das? Mach Fotos. Okay. Katze, Katze. Ja. Machen wir. Mach auf zu dem Bett. Bett? Bett. Ja, warte. Genau. Und nur noch ein. Dein Scheiß. Das ist zu stören. Ja, warte. Genau. Ja, warte. Ja, warte. Was ist das? Hey, was ist das? Speichern. Speichern. Ja, wenn man ein bisschen spielt. Oder was? Mit Feind. Egal, nicht so richtig. Oh, scheiße. Okay. Warte was. Nicht abbrechen. Wir haben ein bisschen so gespielt. Na, mein Rücken tut mir verdammt. Und so, dass ich sage, so. Was ist das? Wir wollen ein bisschen so, wie das? Geheimnisvoll sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bitte abonnieren oder gefällt mir drücken. Tschüss.